Hi. Und so. Perfekt. So, das heißt, wir haben jetzt hier auch endlich alles erledigt. Das heißt, wir können mal... hier weitermachen und ich werde mal kurz mein Wandermikrofon richten. Ich glaube, ich habe das Ding nicht fest genug gestellt, gerade eben. Kleinen Moment. Immer sehr schön, wenn man sieht, wie das Mikrofon langsam gen Tastatur wird, beziehungsweise gen Controller. So, viel besser. Was haben wir jetzt noch? Immer noch das da, immer noch das da. Da fehlen uns nur noch neun Stück. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Richtung hier weiter. War doch die Richtung hier, ne? Ja. Haunted Mansion. Menschen. Kommt dann als nächstes. Wir sind bei Level 19. Ich meine mich zu erinnern, dass es sogar nur bis Level 20 geht. Weiß ich nicht. Aber als ich den Spielstand gestartet habe, waren wir bei 61 Prozent. Wer waren wir schon? Hier kommen wieder solche schönen Demon-Dinger. Hormon-Kulos. Was auch immer. Das ist etwas irritiert von unseren Pfeilen, habe ich das Gefühl. Ja. Hätte es vielleicht schneller reagieren sollen. Diese scheinen recht langsam zu Fuß zu sein. Da ist noch eine Tin-Can. Das heißt, wir werden dann schon, äh, hätten Bräuchte und Rache. So, das war jetzt die Vorhut und da kommt noch mehr, oder? Nicht mehr ganz so diabolisch. Teuflisch angehaucht. Das geht doch kaputt. Oh, wir sind mal wieder aus dem Horde Forrest raus. Forrest raus. Na, Kurier? Na, Kurier? Okay. Sehr nett. Schön, so ein, so ein, äh, Hermes der Götterboote hier. Helm auf mit seinen Flügelchen. So, das heißt, jetzt werden die Kämpfe wieder etwas schwieriger, würde ich behaupten. Nee? Achso, hier sind wieder die von Prong-Dinger. Jetzt trifft doch mal. Lass das. Ich will wieder mal ein bisschen was beseitigen. Was haben wir? 400. Das kann auch keiner gebrauchen. Was haben wir hier? Das hat er bestimmt ausgewechselt, ne? 30 halt. 55 und, äh, 54. Dann kann das nämlich auch weg. Ich bin ja gründlich, hab ja schon mal erwähnt. Nix hier. Kann ich dich auch noch mitnehmen loskommen? So. Machen wir wieder hier die feige Methode. Noch eine, äh, Dose. Wollte mir doch gerade das deutsche Wort nicht einfallen. Hier war auch noch einer, ne? Du warst gar nicht weg drin. Du hast eh keine Chance. Und ich hab Hamburger. Psst. Front-Pong-Scout. Was haben wir hier noch? Nix. Ist nicht viel. Ein Sign. More offense. Lord von Prong needs offense for totally... Legit... Legit... Legitimate... Purpose... Use main entrance. Gut mit dem Lesen heute. So, hier soll irgendwo ein Wizard sein und noch irgendwas, ne? Oder wo sollen wir das hindringen? Erstmal. Ja. Links. Und dann kommt noch ein paar. Hier steht auch noch chill, ne? Helpful Sign. Wizard for Hire. Freelance Wizards specializing in magical crossbreeding. Shazard's a specialty. Wie gesagt, ich bin heute nicht gerade Bombe im Vorlesen. Aber ich gebe mein Bestes. Oder so ähnlich. Hey. Hallo, Wizard. Grüezi, Wizard of Magic. Ich habe ein Kürrier-Package für dich. Endlich. Mein Eingang von Newt ist gekommen. Und du hast also auch noch eine Quest für uns. Grüezi, Wizard of Magic. Oh, hallo da. Sorry, ich bin jetzt sehr schockiert. Dann benutze deine wizardlichen Wände, um ein Spell von Glück zu machen. Ich habe das bereits zweimal versucht, diese Morgen. Aber mein Waldon war einfach nicht in das. Du siehst? Ich war mit der Witch of the Haunted Forest. Und wir hatten eine wirklich schöne Mansion. Dann spielten wir ab und sie hat mich rausgekriegt. Oh, das stinkende Hobby. Sie wird mir nicht sogar meine Schissert-Recipe zurückgeben. Ich werde deine Schissert-Recipe zurückgeben, sad wizard-Bachelor. Äh, heißt das jetzt, wir müssen zu der Miss Haven Stance. Die meint er doch, ne? Ähm. Quiz. I need to go to the Haunted Mansion and kill the Gretchen- Was? Wie sollen wir umbringen? Nein, das war eine andere. Das heißt, hier ist bestimmt noch eine, ne? Ich glaube nicht, dass er die meint vom Anfang. Was sind das denn für Viecher hier, ey? Die möchte ich auch nicht im Vorgarten haben. Die Ische, die er meint, ist bestimmt hier gleich um die Ecke. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Pst. Sind ja irgendwie süß, die Dinger, ne? Was sind das denn für Viecher da oben? Without Diary. Without Diary. Ich möchte die Viecher da oben, glaube ich mal. Oh mein Gott. Das war ungefähr die schlechteste Idee, die ich hatte seit Jahren. Hm. Hi. Oh mein Gott. Bist du dir die Güte? Guck mal, die kleinen sind gar nicht so schlimm. Der große ist nur so böse. Na ja. Das heißt, nicht so schlimm. Wir machen auch genug Schaden, ne? Ich den irgendwie töten können? Na toll. Genau das, was ich nicht treffen würde. Ha! Golden Treasure Chest Key. Perfekt. Das ist meine Wischung zu schnell. Denkendeutsch. Perfekt. Oh mein Gott. Aha. 44, 55. Auf zu tanzen. Zack, zack, zack. Da sind noch mehr von den Viechern. Ach, nur ein Level 9er. Heilige, was ist das denn? Kann man es töten? Man kann es töten. Bringt uns das was? Ich hoffe. Noch irgendwas? Irgendwas? Das hier ist noch so ein Mating Stone. Kann das sein? Nicht? Kriegen wir noch so eine Aufgabe? Falls ich irgendwann den anderen nochmal finde? So, Treasure Chest. Joa. Kann man machen. Muss man nicht. Wir können übrigens mal hier... Das ist meine und Major. Auch Ausrüst. Wobei ich lieber sogar... Ups. Ähm. Das hier getauscht hätte. Weil ich eher da links rumgrabbele als da oben. Ja, da ist jetzt die Arschkarte, ne? Weißt du nicht, wo du langlaufen sollst. Ich mach's mir einfach. Es sei erlaubt. Und es sei mir verziehen. Hallo, du darfst auch noch das Zeitliche segnen. Gloth of something. Ach, die passen zu dem anderen Zeugs. Wer damit. Die sind ja überhaupt nicht reich, ne? Wir haben schon über... Äh, bald fast zwei Millionen. Oder? Sehe ich das richtig? Hm. Eine Millionen siebenhundert siebzig tausend siebenundvierzig. Wobei die siebenundvierzig ganz besonders wichtig sind. Oha. Den hab ich gar nicht gesehen, eben. Haha. Wir sind immer mehr. Oh, 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 oh. Das tut weh. Wer ist das? Wollen da oben noch mehr? Nö. Nö, nö. Lass mal. So. Kommt jetzt hier noch... Ach ja, da kommt noch was. Wird ja schon so dunkel hier. Schon wieder. Nicht wieder schon. Los. Sterbt. Ich würde gerne aufleveln. Zack. Ich sag noch, das wird hier ein bisschen härter. Das geht eigentlich. Sollen wir hier schönes drinnen? Ja. Geht so. Und diesen Potions müssten wir eigentlich schon... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bald, äh... Platzen. Ich meine, das Inventar platzt ja auch bald davor. Da sind so viele große. Das gefällt mir irgendwie nicht. Lass mal dieses Viecher hier haben. Dann versuche ich nochmal mein Glück, wa? Das ist nur ausweichen am besten. Das war ja gar nicht so schlimm. Es kommt jetzt noch was, oder meint er wirklich die Saving-Stands da vom Anfang? Wahrscheinlich schon, ich kann ja nochmal lesen. Äh... Ne, maybe this kitchen is Mrs. Havenstans sister. Das heißt, es ist doch eine andere. Mansion in the Haunted Forest. Aha. Don't forget to kill the evil witch Gretchen Havenstans for a piece of the Chisard Recipe. Hm. Stand gerade irgendwas mit Haunted Forests dabei, ne? If you pick up a piece of the... Ja, it's just a piece of the ground or the... Is das bei dem Haus, wo wir gerade die... Konnte man da reingehen? Ich gehe da mal hin. Schaue mal. So noch ein bisschen effektiv sind. Weil ich bald auch ein kleines Päuschen wieder machen werde. Das war noch nicht so lang, die Aufnahme, aber ich habe gerade nicht so viel Speicherplatz auf der Festplatte wie immer. Weil ich nämlich noch eine andere Aufnahme, äh, verarbeiten muss. Aber das soll ja nicht, ähm, stören. Für euch macht das ja eh keinen Unterschied. So. Was haben wir hier noch Schönes, wo wir hier rüber gehen? Ist das... von Interesse? Glaube nicht erstmal, ne? Sieht aus wie ein, äh, Castle. Das sucht gerade bestimmt den Vom Prong. Da hinten. Behaupte ich jetzt. Sehen wir dann spät. So, hier war nichts. Kriegen wir bestimmt irgendwann nochmal Ärger mit der Misshavenstance vom Anfang, wenn wir jetzt ihre Schwester töten, oder? Oh, da lag noch Geld. Habe ich nicht mal gesehen, als ich drüber gelaufen bin. Oh, da ist ein Haus so reingeht. Oh, das sind gleich ein paar mehr hier, ne? Oh, das sieht gleich noch mehr Action aus, als vorhin. Also man kann nicht reingehen, aber... Man kann Spaß haben. So, vier von sechs. Waren das alle? Fünf von sechs. Und... Sagenhafte sechs von sechs. Muss ich hier noch zusammenbinden, nö, ne? Na, Mensch. Das war ja doch ziemlich einfach. Irgendwie fehlt mir, dass man springen kann, wenn man so lange läuft. Ansonsten fehlt es ja, dass man springen kann. Also, mir fehlt es ja eigentlich immer sehr doll an solchen Spielen, wenn man nicht springen kann. Aber irgendwie hier nicht. Es gibt genug andere lustige Sachen. Und habe ich nebenbei schon mal erwähnt, dass ich die Rüstung toll finde? Wunderschön. Ich finde es auch sehr lustig, wie er da so lang watschelt. Herr Wizard. Ich habe da was für dich. Kriege ich dafür was? Hi. Oh, nicht das Fass anvisieren. Grüß Gott, Wizard of Magic. Ich habe deine Recipe von der Witch, Wizard. Great. Let's see if it's all here. Oh. This isn't good at all. The chiseled recipe doesn't seem to work. I'm going to need my eyeball recipe too. Great. This is totally my kind of thing. It's at my old tower, just east of Pluckmuckle. But you need this key to get in. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Damit verabschiede ich mich von euch mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.